Wasser, Wärme und Wellness genießen in der Ostseetherme, dem einzigartigen Wohlfühlressort in der Lübecker Bucht. Hier finden Sie Angebote, die Leib und Seele verwöhnen. In unseren Saunen und im Dampfbad erwarten Sie einzigartige Aufguss- und Wellnesszeremonien. Entspannend und zugleich vitalisierend werden alle Sinne des Körpers durch wertvolle Wirkstoffe und Rituale stimuliert. Fühlen Sie absolute Entspannung und erleben Sie, was es heißt, sich ganz und gar geborgen zu fühlen. Lassen Sie sich von Kopf bis Fuß verwöhnen. Willkommen im VitaSpa Fitness Club. Fitness und Gesundheit sind wichtige Bausteine für ein zufriedenes Leben. Modernste Anlagen, geschulte Trainer und ein vielfältiges Kursprogramm erwarten Sie. Lassen Sie sich vom umfassenden Angebot des Beauty Spa im angrenzenden Hotel Grand Belvedere und im Wellnessbereich der Ostseetherme verwöhnen. Das vielseitige Wellnessprogramm steigert Ihr ganzheitliches Wohlbefinden und schenkt kostbare Augenblicke, die nur Ihnen gehören. Willkommen in Ihrem Wohlfühlressort der Ostseetherme in der Lübecker Bucht.